Hallo, heute am Tag 165 habe ich mir einen ganz, 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 ganz alten Titel rausgesucht. Der Text dazu wurde schon im Jahre 1780 veröffentlicht und wenn ich mich recht erinnere, hat sich das auch einer gewünscht. Und zwar meine liebe Freundin B.F. aus A. Also, das ist ganz speziell für dich. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie ziehen vorbei wie nächtliche Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen mit Pulver und Blei. Die Gedanken sind frei. Ich denke, was ich will und was mich beglückt, doch alles in der Still und wie es sich schickelt. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Und sperrt man mich ein in finsteren Kerker, das alles sind rein vergebliche Werke. Denn meine Gedanken zerreißen die Schranken und mauern entzwei. Die Gedanken sind frei.